Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich weiß, was ich Ihnen am Abend eines langen Tages zumute. Es ist ja hier schon einiges geboten worden, was Sie auch geistig in Anspruch genommen hat. Ich hoffe, dass ich durch das Thema und die Art, wie ich Ihnen das präsentiere, doch nochmal Ihre Aufmerksamkeit anregen kann. Als ich das Thema mit Frau Nickel abgesprochen habe, hat sie gefragt, wollen Sie ein Fragezeichen hinter den ersten Satz stellen? Eine Armee ohne Tradition? Fragezeichen. Ich habe kein Fragezeichen dahinter gestellt. Also in Folge, das ist eine Feststellung, die ich heute hier treffen will. Ich muss zwei Dinge vorausschicken. Das Erste, ich muss gemeinsam mit Ihnen doch relativ tief in die militärischen Strukturen und in die Denkweisen einbringen. Und das Zweite, ich muss doch auch sehr stark an Ihr Erinnerungsvermögen, was die vergangene Zeit betrifft, appellieren. Nun zur Einführung. Sicherlich waren die immer noch andauernden Diskussionen über den behaupteten Rechtsextremismus in der Bundeswehr, festgemacht auch an der Frage der Traditionswürdigkeit der Wehrmacht für unsere Armee, sowie der folgende Exorzismus von allem, was man entfernt in die Nähe von rechts rücken könnte, ein Anlass für den Vorstand, das eben angesprochene Thema auf die Tagesordnung unseres Jahreskongresses zu setzen. Dahinter steht die Frage, welche die Bundeswehr seit ihrer Aufstellung 1955 begleitet hat. Wie viel Wehrmacht darf, wie viel Wehrmacht soll es sein? Im Laufe der Zeit ist daraus auch die Frage nach dem Begriff der deutschen Militärtradition überhaupt aufgekommen. Für unser Thema heute ist damit verbunden, seit wann sprechen wir denn von einer deutschen Militärtradition? Seit der Einigung des Reiches von 1871? Daraus ergeben sich zwangsläufig zwei weitere Fragen. Erstens, was heißt deutsche Militärtradition? Schließt sie die österreichische Militärtradition mit ein? Fragezeichen. Und die andere, in welchem Ausmaß ist die deutsche Militärtradition mit den Traditionen anderer Armeen in Europa verknüpft? Denken wir dabei an militärische Formen oder die militärische Organisation, die aufteiligen Formationen oder die Waffengattungen. Das ist alles nicht deutsch, sondern das ist, ich möchte mal sagen, abendländisch. Die Divisionsgliederung, die Chorgliederung, die Bezeichnung Bataillondivision, die Dienstgabbezeichnungen. Das ist nur zum Teil noch deutsch. Das andere ist eben auch in den anderen Ländern Europas so üblich gewesen. Oder an die Uniformen beispielsweise, die sich auch in einer gewissen Weise ähneln. Die Organisationsformen, die Dienstgababzeichen, auch das militärische Brauchtum an das soldatische Ethos und das Rechtswesen des Militärs, das auf Standesdenken, wiederum die militärischen Ethos und den sogenannten früheren Kriegsartikeln darauf zurückzuführen ist. Ich sage Ihnen ein Beispiel, der militärische Gruß ist in allen Armeen der Welt gleich. Dafür gibt es zwei Interpretationen. Die eine ist, dass man herkommt vom Turnier, dem Gegner zeigen wollte, indem er das Visier hochgehoben hat. Ich bin tatsächlich derjenige, der in der Uniform steckt. Und das zweite Interpretation ist, dass man früher vor dem Zweikampf den Hut gezogen hat und nachdem die entsprechenden Kopfbedeckungen das nicht mehr zugelassen haben, hat man wenigstens die Hand an den Kopf und an die Mütze geführt. Keine Armee der Welt zweifelt den Wert von Traditionen an. Aber welche sollen es sein? Die Franzosen bewundern immer noch den Elan der Revolutionsheere oder den aus ihrer Sicht großen Napoleon. Für die fremde Region ist der Tag von Kamerone für immer ein bedeutender Gedenktag. Die chinesische Volksarmee verklärt den langen Marsch unter Mao Zedong im Krieg gegen den Nationalchinesen und wird ihre kommunistischen Traditionsvorstellungen wohl nicht über Bord werfen. Immer wenn es kritisch wurde, in Russland oder in der Sowjetunion, wurde der Feldzug von 1812 hervorgeholt. Welche Tradition in einer Armee gepflegt wird, ist also ein Hinweis darauf, wie sich eine Armee selber sieht, welches Bild sie von sich hat und wie es anderen deutlich gemacht werden soll. Um Politik zu betreiben, steht den Staaten ein Spektrum von Mitteln zur Verfügung. Die Größe des Territoriums, der Umfang der Bevölkerung und ihr Bildungsgrad, Rohstoffvorkommen, wirtschaftlicher oder technologischer Entwicklungsstand, Finanzkraft. Wenn es richtig ist, was Klausewitz als Grundsatz vertreten hat, nämlich, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, dann sind auch die Streitkräfte eines Staates, eine Mittelpolitik zu betreiben. Ihr Umfang, ihre Struktur, ihre Bewaffnung und daraus resultierend ihre Fähigkeiten zeigen dann, das ist eine Binsenwahrheit, welche Politik man betreiben will, welche Stellung man unter den Nationen einnehmen möchte, welches Bild man von sich selber hat. Der Wert von Streitkräften liegt dabei nicht nur in der Verwendung im Kriege, obgleich dies die letzte Messlatte ist. Auf den Kanonen im Zeitalter des Absolutismus stand Ultima Ratio Regis, das heißt, das letzte Wort des Königs. Und das deutet auch darauf hin, wo der eigentliche Daseinszweck einer Armee liegen muss. Streitkräfte wirken aber bereits durch ihre Existenz, zur Power Projection, wie man heute sagt, oder zur Bündnisfähigkeit. Hier erinnere ich an ein altes deutsches Wort, hast du was, dann bist du was. Einsätze außerhalb des Landes, richtig verstanden, zur Wahrung deutscher Interessen, zum Schutz von Verbindungslinien, auch für humanitäre Einsätze und Landesverteidigung, sind kein Gegensatz, kein Entweder-oder, sondern eine Frage der Priorität. Auch hier gibt es eine unverzichtbare Messlatte. Die Fähigkeit zur Verteidigung des eigenen Staatsgebiets gegen Bedrohungen von außen, die Sicherheit der Bürger, dabei beziehe ich ausdrücklich die innere Sicherheit mit ein, und die Bewahrung der herkömmlichen, angestrebten Lebensformen. Was bedeuten Tradition und Traditionspflege? Nicht nur das Militär sieht sich veranlasst, zur Unterstützung der eigenen Zwecke, Traditionen aufzubauen und sie zu pflegen. Die katholische Kirche, die Justiz, die Studentenschaft haben wir heute gehört, das Handwerk, Wirtschaftsunternehmen, Fragezeichen. Aus Asien ist zu uns das Stichwort gekommen, rübergekommen, der Corporate Identity. Das heißt also, dass auch der Angestellte eine innere Beziehung zur Firma und zum Produkt haben muss. Was hat man im Allgemeinen unter Traditionen zu verstehen? Wir wissen es alle, aus dem lateinischen Traditio abgeleitet, bedeutet das Wort Tradition, Weitergabe oder Überlieferung. Um auf der sicheren Seite zu sein, habe ich den Brockhaus von 1968 konsultiert. Ich zitiere, als selbstbewusstes, der erinnerungfähiges Wesen lebt der Mensch von den Erfahrungen, Kenntnissen und Einsichten seiner Vorfahren, die von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben werden. Der damit ausgebildete Überlieferungszusammenhang gibt für dem historischen Bewusstsein, dass den Aufbau sinnhafter den Einzelnen überdauernder Ordnungen ermöglicht. Ich wiederhole, dass den Aufbau sinnhafter den Einzelnen überdauernder Ordnungen ermöglicht. Keine Gesellschaft kann auf traditionale Bestandteile und damit auf die Vorstrukturierung der Handlungsbedingungen verzichten. Soweit das Zitat. Im Traditionsverlass der Bundesrepublik 1965 heißt es unter der Ziffer 1, Tradition ist die Überlieferung des gültigen Erbes der Vergangenheit. Traditionspflege ist Teil der soldatischen Erziehung. Sie erschließt den Zugang zu geschichtlichen Vorbildern, Erfahrungen und Symbolen. Ich betone wieder, sie soll den Soldaten befähigen, den ihm in Gegenwart und Zukunft gestellten Auftrag besser zu verstehen und zu erfüllen. In den Traditionsrichtlinien von 1982, ich gehe später nochmal in den Details darauf ein, steht in der Ziffer 1 folgendes, Tradition ist die Überlieferung von Werten und Normen. Sie bildet sich in einem Prozess wertorientierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Fassen wir für den weiteren Vortrag aus den gegebenen Definitionen einige Grundsätze zusammen über das, was Tradition ist und was Tradition bewirken könnte. Als vergängliches Wesen ist der Mensch auf die Weitergabe von erfahrenen Kenntnissen und Einsichten seiner Vorfahren angewiesen. Ich wiederhole das, was ich vorhin betont habe. Ohne die Bewährung des Erbes der Vergangenheit ist der Aufruf von das Individuum über dauernde Ordnungen nicht möglich. Traditionen beim Militär sind Stützen bei der Erfüllung des gegebenen Auftrages. Tradition ist die Übermittlung von Werten und Normen, die allerdings einer jeweiligen Wertung und Überprüfung bedürfen. Die Festlegung und Weitergabe von Traditionen im Rahmen der Traditionspflege bedeutet also immer eine Auswahl, bedeutet bewahren oder verwerfen. Die Vermittlung bewahrenswerte, aber abstrakter Werte oder Normen wiederum bedarf dafür deutlich durch Bilder oder Beispiele. Beispiele militärischer Ereignisse oder Handlungsabläufe, das Verhalten von Personen, Militärisches Zeremoniell, gewisse Gedenktage oder Symbole, die die Zeit überdauern. Wenn die Weitergabe von Traditionen Auswahl bewahren oder verwerfen bedeutet, dann, lassen Sie mich an dieser Stelle schon sagen, dann ist keine Armee der Welt uneingeschränkt traditionswürdig. Auch die Bundeswehr nicht. Nehmen wir als Extrembeispiele die Schleifer von Nagold oder den Haar- und Bartrachterlass unter dem Verteidigungsminister Schmidt. Es wird darüber diskutiert, wo Brauchtum und Tradition ineinander übergehen. Ich möchte dem heute im Rahmen dieses Vortrages nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Ein Beispiel aus dem zivilen Bereich, im Oberland, in Bayern, ist es üblich, dass vom Betreten der Kirche, beim Gottesdienst, die Frauen sich links setzen und die Männer rechts, also die Männer und die Weibern sind genau getrennt. Das ist ein Brauchtum. Ein Brauchtum beim Militär, wir haben heute beim Essen darüber gesprochen, ist es, dass wenn die Feldküche anrückt und die Verpflegung ausgegeben wird, erst der Mann ist und dann der Offizier. Ich komme nun zur Tradition in der Bundeswehr und zu den Anfängen von 1955. Ich habe Ihnen dabei, zuerst einige Einflussgrößen oder Bezugsgrößen vorzustellen, die es verhindern mussten, ich wiederhole, mussten, dass man nicht von 1955 weitermachen konnte, wo man 1945 aufgehört hatte. Wir hatten auf der einen Seite den totalen Staat oder den totalitären Staat, den Führerstaat. Hitler war Staatsoberhaupt, Regierungschef, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, nach der Winterkrise 1941 Oberbefehlshaber des Heeres und zeitweise führte er noch die Heeresgruppe A auf dem Kaukasus. Dagegen ist unser Bild in einer parlamentarischen Demokratie, die Einbindung der Streitkräfte in die Exekutive sowie die Kontrolle durch das Parlament. Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor, der beim Aufbau der Bundeswehr berücksichtigt werden musste, war die ideologische und geistige Konfrontation während des Kalten Krieges. Zwei weitere wichtige Faktoren, Wenn ein Krieg in Europa stattgefunden hätte, dann wäre dies ein Krieg im eigenen Land gewesen, wobei ich die DDR mit als eigenes Land bezeichne. Und das Kriegsbild schloss die Möglichkeit des Nukleankrieges ein. Aus beiden war eine Folgerung zu ziehen. Im Vordergrund stand die Kriegsverhinderung durch Abschreckung. Daneben war die Bundeswehr aufgrund bestimmter Bedingungen eine Bündnisarmee keine nationale befehlt, nicht unter einem nationalen Oberbefehlshaber. Sie war in die Kommandostruktur der NATO eingezogen. Und es gab eine weltweite Konfrontation, in der die Bundeswehr nicht alle Aufgaben aus eigener Kraft erfüllen konnte und dabei der Abstützung auf Bündnisparte bedurfte. Nun zur Zielsetzung beim Aufbau 1955. Die Zielsetzung war die Abgrenzung zur Wehrmacht. Das begann bereits beim äußeren Bild, bei der Uniform, möglichst hässlich, möglichst wenig soldatisch. Das Stahlhelm, den deutschen Stahlhelm durften wir erst wieder nehmen, als die Amerikaner zum Fritz zurückgekehrt waren. Dann war auch dieser Stahlhelm für uns wieder vermittelbar. Am Kampfstiefel dem ehemaligen Knobelbecher musste die sogenannte Demokratieschleife angebracht werden, damit man unseren Kampfstiefel nicht mit dem Knobelbecher der Wehrmacht verwechseln konnte. Man war angeblich und praktisch bemüht, das Spannungsverhältnis zwischen pluralistisch verfasster Gesellschaft und autoritär organisierter Armee zu minimieren oder aufzuheben. Das bedeutete aber nicht Anpassung an die moralischen Zielgrößen einer Armee, sondern die Anpassung an das Zivile. Man sprach vom Staatsbürger in Uniform und von der sogenannten inneren Führung. Man war aufgrund der Geschichte nach 1945, die Frage der Wiederbewaffnung, der Ohne-Wicht-Bewegung und eben dieser Faktoren, die die Durchführung des Auftrages in Frage stellten und ihre moralische Berechtigung in Frage stellte, darauf angewiesen, Schlagworte zur Rechtfertigung der eigenen Existenz und des eigenen Tuns zu bilden oder zuzulassen. Man sagte, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Man sagte, Soldat ist ein Beruf wie jeder andere und man sagte, Streitkräfte sind ein notwendiges Bügel. Wer dient schon gerne in einer Armee, die sich selbst als notwendiges Übel bezeichnet. Ich komme zu einigen Faktoren der Realität. Die Zwänge des militärischen Alltages zwangen sehr schnell zur Abkehr von bestimmten Vorstellungen, was wie die neue Bundeswehr gestaltet werden soll, sein sollte. Darüber hinaus ergab sich sehr schnell die Frage, wo ist denn als Voraussetzung für den Staatsbürger in Uniform, wo finde ich denn den Staatsbürger in Zivil? Dazu gab es bestimmte Forderungen an eine Bündnisarmee in Bezug auf das Ethos, die sogenannte Interoperabilität, das heißt, wir mussten auch Abstriche am Nationalen machen, durch die Vorstellungen der anderen, beispielsweise die Frage der Panzerwaffe oder was die Gefechtsarten betrifft. Wir hatten eine ganz andere Vorstellung aufgrund unserer Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, wie man Panzer einsetzt, als beispielsweise die Amerikaner. Und hier mussten Kompromisse gefunden werden. Es ergaben sich sehr schnell Spannungen zwischen Traditionalisten und sogenannten Baudissinisten nach dem Schöpfer der inneren Führung, dem General Graf Baudissin. Und es begann, ich habe es noch miterlebt, 1960, eine gewisse Restauration. Hier müssen wir auch ein bisschen auf das umgebende Umfeld schauen. Ich nenne Ihnen einige Namen. Mende, der Vorsitzende der FDP, lief bei Bällen in Bonn mit dem Ritterkreuz herum. Der Intendant des ZDF und später Staatssekretär im Verteidigungsministerium Karl Günther von Hasel war auch Ritterkreuz Träger gewesen. Schmidt wurde vorhin schon genannt, war Oberleutnant. Schiel war Jagdflieger gewesen. Wildermuth, der erste Wohnungsfrauenminister im Kabinett Adenauer, war Regimentskomiteur in Italien. Und so waren eben noch Leute da, die unausgesprochen oder ausgesprochen ihren Einfluss ausübten. Das betraf in erster Linie Einflüsse auf das äußere Erscheinungsbild. Mir hat der Fritz-Rudolf-Schulz Eichenlaubträger mal gesagt, dass er und der Carlo Schmidt, der im Kriegsgerichtsrat gewesen war, dass die dafür gesorgt haben, dass wir eine Uniform bekommen haben, langsam mit dem Viertaschenrock in Anlehnung an die Uniform der Wehrmacht, damit man sich in der Öffentlichkeit außerhalb der Kaserne überhaupt sehen lassen konnte. Und so gab es mehrere Schritte, die nacheinander erfolgen. Als ich Leutnant wurde 1963, war eine solche große Welle wieder der Herstellung einer Uniform, die man wirklich tragen und anziehen konnte. Und dann kam Anfang der 70er-Jahre die Einführung des Barretts bei der Panzertruppe, der schwarze Barrett. Da drüben sitzt ein Panzeraufklärer, der mit der Oberstleutnant sitzt. Und wenn es bisher, ein etwas schuliges beim Militär, wenn es bisher üblich war, die graue Jacke immer heller zu machen, dass sie beinahe weiß wurde und die Hose dunkler, so hat jetzt sofort die Panzertruppe angefangen, Jacke und Hose möglichst schwarz zu machen, dass sie der Uniform der Panzertruppe in der Wehrmacht beglichen hat. So sind eben die Militärs. So sind die Militärs. Ich schildere Ihnen nun einige Entwicklungen über die Zeit und das teile ich einen, zwei Abschnitte zwischen 1956 und bis einschließlich der sozialliberalen Koalition 1969. 1956 deswegen, weil da die ersten Wehrpflichtigen einberufen worden sind. Der zweite Akte ist dann Beginn mit der Regierung Kohl. Ich schmeiße Ihnen jetzt einige Schlagworte an den Kopf. Das iller Unglück 1957, damals eine unglaubliche Aufregung berechtigter Art in unserem Volk. Die Schleifer von Nagel, ich habe sie vorhin schon erwähnt, jeweils mit einem entsprechenden publizistischen Echo. die restaurativen Bestrebungen, von denen ich gesprochen hatte, hatten auch zu einem gewissen Wildwuchs in der Traditionspflege geführt. Jeder machte in gewisser Weise, was er wollte, weil es eben keine Richtlinie von oben gab. Ich sage zwei Beispiele. Bei der Panzerauflärungsgruppe führte ein Kommandeur in Munster den Schwede Adler wieder als Wimpel ein. Und dann gab es natürlich auch unüberlegte Handlungen. Traditionspflege ist eben nicht nur eine Frage des Gefühls und der Emotion. Traditionspflege ist auch eine Frage der Klugheit. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wo waren diejenigen, die Anfang der 60er Jahre eine Kaserne in Mittenwald nach dem General Kübler benannt haben, der in Jugoslawien hingerichtet worden war. Wobei ich nicht sage, dass das ein gerechtfertigtes Urteil war. Sondern ich frage nur, muss man sich diesen Mann gerade als Traditionsvorbild aussuchen? Und die Tüttung hat man später dafür bekommen. Es gab dann, um diesen Wildwuchs zu beseitigen, den Traditionserlass von 1965. Zuvor waren, weil international gesehen die Bundeswehr einen Mangel hatte, die Übergabe und erst mal die Einführung und eine Übergabe von Truppenfahnen 1965 in Münster im Stadion. Ich war dort Fahnenbegleitoffizier und ich muss sagen, das war eine Veranstaltung, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Nun zum Traditionserlass von 1965, um dort eine gewisse Regelung zu bekommen. Zwischen 1957 und 1965 hat es bis zur Endfassung sieben Referenten Entwürfe und 22 Vorentwürfe kommen, um zu zeigen, wie man dort rumgeeiert hat, um es mal so zu sagen, um eine entsprechende Fassung zu finden. Ich zitiere Ihnen einige Ziffern. In der Ziffer steht, in der Ziffer 17 Entschuldigung, der Wert seines Dienstes, Anmerkung des Soldaten, wird weitgehend bestimmt durch die politische Zielsetzung. Ich kommentiere das im Augenblick nicht. Ziffer 23 Verbände, Schiffe und Unterkünfte können nach Persönlichkeiten benannt werden, die in Haltung und Leistung beispielhaft waren. Damit war nicht ausgeschlossen, dass nach Soldaten der Wehrmacht Schiffe oder Unterkünfte benannt werden konnten. Ich erinnere an die drei Lenkwaffenzerstörer Mölders, Rommel und Lütjens. Ziffer 25 Bei besonderen Veranstaltungen können Fahnen ehemaliger Truppenteile von der Bundeswehr begleitet werden, wenn die Truppenfahne geführt wird. Zum Schluss Ziffer 26 Traditionen ehemaliger Truppenteile werden an Bundeswehr Truppenteile nicht verliehen. Das bedeutete nicht Wehrmachtstruppenteile, sondern es bedeutete generell Truppenteile aller Armeen, die wir in der deutschen Geschichte hatten. Es kam dann zu einigen Höhepunkten, möchte ich sie mal bezeichnen, in der Traditionsdebatte 1966, die sogenannte Generalskrise mit dem freiwilligen Rücktritt der Generale Trettner, Pape und Amitsky. Meines Wissens neben dem General Guus, die einzigen Generale, die jemals freiwillig ihr Amt aus bestimmten Gründen zur Verfügung gestellt haben, man möchte sich heute mal den einen oder den anderen wieder wünschen. Anders war der ÖTV-Erlass, das heißt also eine weitere, wie soll ich sagen, Verzivilisierung der Armee, indem man eben der Gewerkschaft auch das Werben in den Kasernen erlaubt hat. Bei Panitzky war es die Frage der Starfighterkrise. Es hatten sich weitere restaurative Aspekte ergeben, Zweifel am Konzept der inneren Führung. Für uns damals von Bedeutung zwei Bücher von Heinz Kahrs, das Bild vom Soldaten und von einem Hans-Georg von Stuttnitz, Rettet die Bundeswehr. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Und dann kam der auch plakative nach außen plakative Höhepunkt der Traditionsdebatte, der General Grass an der Führungsakademie in Hamburg, die Schneet-Studie, die Hauptleute von Unna und die Leutnanten 70. Das war praktisch der Höhepunkt von dort aus waren dann die Weichen gestellt. Die Hauptleute von Unna sind Ihnen alle ein Begriff nicht, gut, dann sage ich was dazu. Das war bei einer Kompanie-Cheft-Tagung bei der siebten Panzer-Kandidien-Division in Unna haben sich Hauptleute, die unten das auszubaden hatte, was oben eingebrockt worden war, zusammengefunden und hatten Gedanken gewühlt und haben die dann publik gemacht und der Divisionskommandeur hat das erst unterstützt, dann hat er sich zurückgezogen und dann ist der General de Maizière, der meinte, er wird mit diesen Hauptleuten schon fertig nach Unna gefahren und dann haben die ihn dort gefaltet sozusagen und das war also sie haben sich lustig gemacht über ihn weil er wohl Cello gespielt hat oder was und beim Weggehen als er raus ging tief enttäuscht aus diesem Besprechungsraum soll ihm einer nachgerufen haben Herr General Sie haben Ihren Geisenkasten vergessen nicht ja gut dann mag sein dass es so war also das war praktisch der Wendepunkt und von dort aus hat die Bundeswehr begonnen die wir heute kennen ich lese Ihnen einige Ziffern vor aus den Forderungen der 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 Studie erster Punkt Soldat sein ist zu Ideenelis und nicht ein Beruf wie jeder andere es wurden zum ersten Mal nicht nur Forderungen der Gesellschaft an die Armee erhoben sondern Forderungen von der Armee an die Gesellschaft beispielsweise das Bekenntnis zu den Streitkräften und die Forderung erstmal den Staatsbürger zu erziehen den man dann in der Kaserne als Staatsbürger in Uniform gebrauchen konnte sie forderten eine Reform Zitat an Haupt und Gliedern sie forderten ein Traditionsverständnis das alle Phasen der deutschen Militärgeschichte einschließt und erstaunlicherweise da kommen wir dann auf die heutige Situation in meinen Abschluss schon mal kurz zu sprechen oder eine Andeutung dazu sie forderten dass von der Reform der Bundeswehr ausgehend auch eine Reform der Gesellschaft einsetzen sollte das heißt so nicht immer nur die Wirkung von einer Seite auf die andere sondern eben auch umgekehrt einleitete Änderungen der Stellung des Generalinspektors und er brief vor allen Dingen die sogenannte L-Wein Kommission ein die dann darin mündete dass Bundeswehr Hochschulen gebildet wurden und dass die Voraussetzungen offizier zu werden ein Studium war aber nicht ein militär fachliches Studium wie wir das alle gewollt hätten oder auch akzeptiert hätten sondern nach dem föderalen Bildungssystem musste das ein Studiengang sein der genau den zivilen Studiengängen entsprach und die Studenten waren möglichst frei im Campus sie tragen heute noch keine Uniform beim Studium sondern sie tragen zivil ein weiterer Schritt zur Verzivilisierung die Zeit obwohl das hier von Herrn Kandil ein bisschen länger geschildert wurde der Regierung Brandschmidt Scheele Genscher war relativ kurz und vor praktisch zwei Tage vor dem Regierungswechsel 1982 gab der damalige Minister Apel eine weitere Traditionsrichtlinie heraus ernannte sie auch nicht mehr Traditionserlass sondern Traditionsrichtlinie Maßstab für das Traditionsverständnis und die Traditionsfliege gemäß Ziffer zwei ist das Grundgesetz Ziffer sechs ein Unrechtsregime wie das Dritte Reich kann Tradition nicht begründen da komme ich nachher noch darauf zu sprechen Ziffer zwölf Traditionsfliege soll Anführungszeichen die Einbindung der Bundeswehr in Staat und Gesellschaft fördern Vorhin hat man noch davon gesprochen dass die Tradition die Auftragserfüllung erleichtern soll und nun plötzlich soll sich das Spannungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Armee helfen zu entspannen Ziffer Ziffer 22 ganz wesentlich zum Teil schon im Alter aber nun etwas Neues Traditionen von Truppenteilen ehemaliger deutscher Streitkräfte werden an Bundeswehr-Truppenteile nicht verliehen Fahnen und Standarten früherer deutscher Truppenteile werden in der Bundeswehr nicht mitgeführt oder begleitet Ziffer 29 Kasernen und andere Einrichtungen können nach Persönlichkeiten benannt werden die sich durch ihr gesamtes Wirken oder ein herausragender Tal um Freiheit und Recht verdient gemacht haben damit konnte kein Soldat der Wehrmacht wieder nachdem ein Schiff oder eine Kaserne benannt werden weil das ja voraussetzte Freiheit und Recht dass das eine in die Zeit danach hineinfällt ich komme nun zum zweiten Abschnitt den ich vorhin schon angekündigt habe zur Zeit nach der großen nach der sozialliberalen Koalition zur Regierung Kohl-Genscher die Wiedervereinigung und die Zeit danach Es gab anfangs bei Kohl und Wörner seinen Verteidigungsminister Bemühungen um die deutsche Militärtradition wieder um ihr wieder eine angemessene Bedeutung zu geben Minister Wörner hat bei seiner Amtseinführung angekündigt er würde die Traditionsrichtlinie 1982 von Minister Apel aufheben dann geriet er in die Kissinger-Affäre und der Fall war erledigt Kohl hatte einen willkjährigen Verteidigungsminister indem er ihn im Amt gelassen hat ein ganz geschickter Schachzug und damit hat er den Mann ihm da praktisch das Maul gestopft und von Wörner sind niemals mehr eigene Ideen gekommen und ist dann möglichst bald auch als Generalsekretär zur NATO gegangen und somit ist die Traditionsrichtlinie wie sie kurz in den Wesensmerkmalen geschildert habe heute noch bindend es kam es kam Wiedervereinigung 1999 und es stellte sich die Frage der Indikation der NVA Frage wie steht es um die Tradition der NVA Sie alle werden sagen nachdem wir das System ja kennengelernt haben an der NVA kann nichts Traditionswürdiges sein Fragezeiten ich sage in zwei Beispiele wir wissen aus dem Volksaufstand von 1953 dass sich dort Soldaten geweigert haben auf die demonstrierenden Arbeiter zu schießen die dann nach Moskau verschleppt und hingerichtet wurden und wir wissen auch dass bei den Demonstrationen in der DDR sich Soldaten der NVA geweigert haben gegen die Demonstrationen vorzugehen wären das keine traditionswürdigen Vorbilder für unsere Armee Es kam dann eine Ablenkung in gewisser Weise und damit wurde die Tradition nicht diskutiert der beginnende allmähliche Beginn von Auslandseinsätzen wie Somalia Kambodscha oder der Balkan und es kamen und das ist eine weitere Zäsur gewesen die Wehrmachtsausstellung von Rehmsma die Verfestigung des Bildes von der verbrecherischen Wehrmacht Wer wollte dann noch unter diesen Umständen Traditionswilde aus der Wehrmacht übernehmen Welche von unseren Politikern hätte den Mut aufgebracht Ich nenne als Beispiel die Umbenennung der Kübel und der Titel Kaserne in Füssen 1995 die Kampagnen von einem Studienrat in Kaufbeuren namens Jakob Knab und der Schriftsteller Ralf Giordano und es kamen dann die Phase die ich mal jetzt als Vorläufer sehe für unsere gegenwärtige Ministerin Minister Rühe und der Rechtsextremismus in der Bundeswehr die sogenannten Gewaltvideos von Hammelburg und Schneeberg der Fall Röder ein bekannter Rechtsradikaler bei einem Vortrag an der Führungsakademie und schon läuteten alle Glocken und der Rechtsextremismus in der Bundeswehr war bewiesen es war der erste Exorzismus in der Bundeswehr ich war mal längere Zeit im Bund Freier Bürger tätig gewesen unser Parteivorsitzender Manfred Brunner hat damals gesagt der Minister Rühe ist insofern ein guter Minister ein guter Verteidigungsminister weil er sein eigenes Amt sehr gut verteidigt also er hatte alle Hände voll zu tun und das hat er dann eben auch getan die Maßnahmen die damals getroffen wurden unterscheiden sich in nichts von den Maßnahmen die heute von der Frau von der Leyen getroffen werden zwei Beispiele oder ein Beispiel was die innere Führung oder besser zwei Beispiele Entschuldigung die beiden Generale von Scotty der zuständige Divisionskommandeur in Leipzig und der zuständige Brigadekommandeur namens Günzel wurden entlassen oder nicht nicht entlassen wurden versetzt wegen des Gewaltvideos in Schneeberg obwohl sie zur Zeit der Entstehung dieses Videos überhaupt nicht im Amt gewesen waren und der Drahtzieher des einen Videos ein Fahnenjunker der dann entlassen wurde war zur Anhörung zum Wehrdisziplinaranwalt bei der Division befohlen worden damit der letzte Segen quasi für seine Entlassung gegeben wird und im Autoradio auf der Fahrt zum Wehrdisziplinaranhalt hörte er schon dass er entlassen ist das ist das ist innere Führung in der Bundeswehr und damit war die Debatte über die Tradition mit der Wehrmacht dann endgültig erledigt ich komme auf die Traditionspflege der Bundeswehr heute auf das was die Frau von der Leyen momentan treibt möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen es ist uns allen gegenwärtig Sie haben es angesprochen Herr Pfeiffer die Bundeswehr verfolgt drei Traditionslinien die preußischen Reformen von 1806 Widerstand und Staatstreich im dritten Reich und drittens die eigene Tradition der Bundeswehr ich möchte diese drei Traditionslinien in der praktischen Umsetzung kurz bewerten die preußische Reformen von 1806 nicht der Staatsbürger in Uniform der Staatsbürger in Waffen war das Leitbild der Reformen um Scharnhaus die Idee der Volksbewaffnung stand dahinter nicht das Aufhebung Spannungsverhältnis Soldat Gesellschaft sondern die Idee der Volksbewaffnung Schlagwort jeder Bürger ein Soldat jeder Soldat ein Bürger Scharnhorst fand den Staatsbürger nicht vor erst durch die Wehrpflicht wurde der Bürger zum Staatsbürger So zweiter Punkt Entschuldigung ich habe einen Punkt auch für unsere Diskussion über Immigranten und so weiter Aufgrund der Personalnot in den Streitkräften steht die Frau von der Leyen vermehrt die Verwendung Migranten in der Bundeswehr an und sieht dies als ein mit der Integration Gleichzeitig möchte sie den Anteil der Frauen in der Bundeswehr erhöhen und nach dem Gleichstellungsgesetz sollen möglichst viele Frauen in Führungspositionen einrücken jetzt treffen die Migranten auf die Frauen in die Führungspositionen und das was da beraus entsteht das können Sie sich vorstellen um auf den nächsten Punkt einzugehen möchte ich Ihnen gerne einige Sätze als Zitat vorlesen die Überschrift lautet wir glauben an die Zukunft der Deutschen erster Absatz wir wissen im Deutschen die Kräfte die ihn berufen die Gemeinschaft der abendländischen Völker zu schönerem Leben zu führen zweiter Absatz wir bekennen uns im Geist und in der Tat zu den großen Überlieferungen unseres Volkes das durch die Verschmelzung hellenischer und christlicher Ursprünge im germanischen Wesen das abendländische Menschentum schuf dritter Absatz wir wollen eine neue Ordnung die alle Deutschen zu Trägern des Staates macht und ihnen Recht und Gerechtigkeit verbirgt verachten aber die Gleichheitslüge und fordern die Anerkennung der naturgegebenen Ränge vierter Absatz wir wollen ein Volk das in der Erde der Heimat verwurzelt den natürlichen Nächten nahe bleibt das im Wirken in den gegebenen Lebenskreisen sein Glück und seine Gemüte findet das ist der Schwur den Klaus von Stauffenberg und sein Bruder Berthold entworfen hatten und ich sage die Schnüffler und Denunzianten in der Bundeswehr haben das bisher nur noch nicht gefunden wenn sie das finden würden dann wäre Stauffenberg auch kein Traditionssymbol mehr für die Bundeswehr zum 20. Juli ich kenne die Meinung von vielen hier in Saalen die dem 20. Juli skeptisch gegenüberstehen stehen und sagen das war Verrat am deutschen Volk und das war dem Führer sozusagen in den Rücken gefallen ich bin der andere Meinung preußischer Gehorsam war nie ein bedingungsloser Gehorsam und war immer an die Antwort von oben gebunden und ich kann nicht wenn ich heute oder sagen wir nicht wir wenn in bestimmten Kreisen die Frage erörtert wird ob gegenüber diesem System in dem wir leben nicht auch Widerstand und Revolution angebracht ist dann kann ich nicht dann kann ich nicht auf der anderen Seite sagen die Leute vom 20. Juli sind Volksverräter gewesen das ist eine freie Entscheidung die jeder treffen muss und natürlich muss derjenige der das wagt mit seinem Leben und mit seinem Haupt dafür gerade stehen unter diesen Umständen sehe ich den 20. Juli ich komme als letzten Punkt oder sagen wir als vorletzten Punkt zur eigenen Tradition der Bundeswehr und dazu möchte ich Ihnen auch wieder zwei Beispiele geben die Umbenennung des Geschwaders Mölders durch die Minister Struck und die Umgestaltung des Ehrenheins der Panzertruppen in Munster Lage ich weiß nicht wem das eigentlich war Mölders habe ich ja gerade Richthofen wird das jetzt auch das gibt also Mölders ist jetzt nur noch eine Gruppe in einem anderen Geschwader na gut okay aber der Förderer des Ehrenheins in Munster war der damalige General de Maizière was an den Fakten hat sich von damals zu heute geändert dass damals der Ehrenheins tolerabel war und heute ist das nicht mehr kein einziges Faktum hat sich geändert nur die Betrachtungsweise und die Anschauung darüber es gibt na lasse ich das jetzt im Augenblick weg zur eigenen Tradition der Bundeswehr keine Armee der Welt missachtet ihre eigene Tradition so stark wie das die Bundeswehr tut wir haben ich kenne eigentlich die Bundeswehr immer in der Umorganisation von Struktur zu Struktur die neue Struktur wurde schon begonnen bevor die alte vollendet war und jedes Mal war das ein organisatorisches Chaos verbunden mit Namensänderungen Truppenverlegungen und so weiter und dazu möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben die Infanterie Schule in Hammelburg die stolz das Wappen der Infanterie Schule von Döberitz getragen hat heißt mittlerweile Ausbildungszentrum für Infanterie und noch irgendetwas UNO Einsätze mein Fallschirmiger Paterion 262 das älteste Fallschirmiger der Bundeswehr das war das Paterion mit dem Iller-Unglück war schon sagen wir mal ab 1967 in sogenannten Auslandseinsätzen in der sogenannten AMF Brigade dort waren wir an die 20 Jahre dieses Paterion wurde erst zu einem blauen zu einem Logistik Paterion umgewandelt was das für ein Fallschirmiger bedeutet weiß ich nicht ob Sie sich das vorstellen können das ist wie ein Aufklärer der was weiß ich Pionier wird oder so und ein Kontra Beispiel dazu in Pforzheim lag bis das Regiment zurückverlegt wurde nach Frankreich das 11. Hussan Regiment der französischen Armee das sogenannte die Estahasi Usaren die schon im französischen Königreich also 1789 gegründet worden waren dieses Regiment hat fünf französische Republiken zwei Kaiser den Napoleon und den Neffen überstanden und ist immer ein modernes Regiment geblieben die Soldaten tun vielleicht Sporen an den Stiefeln aber sie fuhren moderne Panzer Aufklärungs Fahrzeuge ich will an diesem Beispiel sagen dass man sehr wohl Tradition bewahren und modern sein kann Übernahme von Traditionen aus der Wehrmacht ich wiederhole nochmal ein Unrechtssystem wie das Dritte Reich kann Tradition nicht begründen an anderer Stelle ist noch nicht so genau am dritten Mai Sonntag 1934 wurde der Muttertag der aus Amerika rüber gekommen war als staatlicher gesetzlicher Feiertag eingeführt durch die Nationalsozialisten 1933 wurde der Tag der Arbeit der 1. Mai der aus der Arbeiterschaft in England entstanden war als offizieller gesetzlicher Feiertag in Deutschland eingeführt ist das Tradition oder ist das nicht Tradition eine militärische Tat eine Handlungsweise die dem die dem soldatischen Ethos genügt bedarf nicht der Bestätigung durch die Politik der sie implizit dient sie wird auch umgekehrt nicht durch die praktizierte Politik infrage gestellt ich gebe Ihnen einige Beispiele die Soldaten die gegen die Anstürmende Rote Armee Schlesien Pommern oder Ostpreußen verteidigten und den Menschen die Flucht nach Westen ermöglichten einschließlich der Besatzungen der Schiffe die bis zum 9. Mai 1945 die Evakuierungen über See sicherstellten sind meines Artes uneingeschränkt traditionswürdig bei der Versenkung des Schlachtschiffes Bismarck passierte folgendes da trieben die Überlebenden der Bismarck ich glaube so 120 130 Mann trieben im Wasser Öl beschmiert der Atlantik war kalt und auf einem Kreuzer namens Dorsetsch hier entdeckte man einen deutschen Seemann dem beide Arme abgerissen worden waren man warf dem Mann ein Seil zu das konnte er wegen der fehlenden Arme nicht mehr halten hat es mit den Zähnen versucht festzuhalten darauf hinsprang ein englischer Fenrich über Bord versuchte den Mann zu retten als die Gefahr bestand dass er in die Schraube hineingezogen werden hat ihn losgelassen er wurde gerettet der deutsche Seemann ging unter eine heldenhafte Tat in jeder Hinsicht wird eine gleiche Tat die von deutscher Seite begangen wurde nicht eine Heldentat nur weil sie Nationalsozialismus begangen wurde eine solche Tat steht für sich und bedarf keiner politischen rechtfertigen oder St. Elisabeth Hospital in Arnheim wurden deutsche und britische Verbundeten gemeinsam durch den Truppenarzt Dr. Skalka auf Weisung des Divisionsführers der Division Hohenstaufen Stompernführer Harzer versorgt ein Vorbild für uns heute alle Oberst Helmut Lent der jetzt entsorgt werden soll weil die Kaserne umbenannt werden soll mit 110 Abschüssen der erfolgreichste Nachtjäger der Welt im Oktober 1944 gefallen warf sich jede Nacht den einströmenden Bombern des Bomberkommand entgegen und verteidigte seine Heimat damit die Städte nicht in Schutt und Asche versetzt wurden ist das ein Held und ein Traditionsbeispiel für die Bundeswehr Ja oder Nein Kommen wir zu zwei Feststellungen aus der Einführung zurück damit bin ich am Ende wir hatten angesprochen dass man aus der praktizierten Politik Rückschlüsse ziehen kann welche Vorstellungen einer Nation ein Volk von sich selbst hat und weiter dass sich aus dem Zustand der Armee Rückschlüsse auf den Zustand oder die Identität der Nation ergeben der sie dienen soll in einem ganz anderen Sinn als dies die Reformer Reformer in Anführungszeichen beim Aufbau der Bundeswehr im Sinn hatten sind die Streitkräfte ein Spiegelbild der Gesellschaft geworden wir die Gesellschaft hat genau die Armee die sie verdient bevor man überhaupt den Gedanken an eine Reform verschwendet sollte man die Frage aufwerfen wer gebietet Einhalt auf dem eingeschlagenen Weg wer welche Politiker welche Militärs wo sind die Persönlichkeiten denen die Geschicke der Nation und der Zustand der Armee ein wirkliches Herzensanliegen sind ich gebe Ihnen ein Zitat aus der Einleitung des Buches von Hans-Kirch von Stuttnitz 1967 ich zitiere wenn die Deutschen zu sich selbst finden werden sie den Soldaten wieder entdecken und sich auf die Bedeutung des Militärs für Nation und Staat besinnen die die Bundeswehr wird zu einer Herzensangelegenheit aller werden und damit den Platz einnehmen der zukommt wie gesagt Einleitung Stuttnitz 1967 Frage was hat ihn 1967 zu diesem Optimismus veranlasst und die letzte Frage hätte diesen Optimismus auch noch heute damit bin ich am Ende meines ein Applaus Bis zum nächsten Mal.